15. Juli 2001, Erzsanger Michael Gott will, dass ich euer Glaube vertiefe und sich eure Hoffnung und euer Vertrauen auf Gott stärke und festige, so, dass ich die Liebe in euch immer mehr vervollkommne. 16. Das Wachsen des Glaubens und des Vertrauens intensiviert die Liebe eures Herzens. 17. Aber auch umgekehrt gilt, wenn eure Liebe zu Gott größer wird, wachst ihr dadurch auch im Glauben und in der Hoffnung. 18. Deshalb lässt die Mutter Gottes die Liebesflamme ihres unbefleckten Herzens über euch ausströmen. 19. Gelobt sei Jesus Christus in Ewigkeit. Amen.